Ich bin schon auf dem Weg und bin bald zu Hause. Hab dich auch lieb, bye. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin im Körper raus, ich bin entführt, warte, helfen Sie mir. Hör zu, Kisi, damit wir dir helfen können, musst du mir helfen. Polizei! Wir werden kämpfen. Kannst du sagen, ob du auf einem Freeway oder auf einer Landstraße bist? Freeway. Kannst du die Rücklichter raustreten? Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Ich will sehen, ob andere Autofahrer auf dich aufmerksam werden. Ob du einen Entriegelungshebel findest. Ich bin ein Körper! Öffnen Sie sofort die Tür! Hören Sie mir zu. Tun Sie dem Mädchen nicht weh. Lassen Sie sie gehen. Was willst du schon tun? Du bist nur eine Telefonistin. Wir werden dich finden. Wo ist das Haus? Was? Das war alles dein Plan? Ihr beide habt das gemeinsam geplant. Das war sie. Das ist nicht real. Und wer das Gemälde ist für sich allein? Ich glaub dir kein Wort. Wo ist es? Wieso hast du mich belogen?